Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Dienstag. Heute ist der 6.9.2022. Es ist 8.33 Uhr und es hat endlich geklappt. Das Display von The Last of Us ist da. Gestern Nachmittag irgendwann 16.30 Uhr habe ich es in Empfang genommen. Eine Nachbarin hat es freundlicherweise für mich in meine Abwesenheit angenommen. Es ist genauso gekommen wie erwartet oder befürchtet. Ich war arbeiten und war irgendwann um 14.30 Uhr, 15 Uhr wieder zu Hause und dann hatte ich auch einen gelben Zettel im Briefkasten. Ja, sie waren nicht da. Wir haben das Paket meinem Nachbarn abgegeben. Wo ich mir so denke, ich war Donnerstag da, ich war Freitag da, ich war Samstag da. In den drei Tagen haben sie es nicht geschafft. Und jetzt am Montag hat es aber glücklicherweise geklappt. Ihr Paket war wohl auch in dieser Zustellung oder in diesem Zustellzyklus mit drin. Sie hat auch schon seit Donnerstag oder Mittwoch sogar auf ein Paket gewartet, was sich immer wieder verschoben hat. Irgendwie haben sie da gerade bei DHL ein bisschen personelle Engpässe. Ich weiß es nicht. Kam über die polnische DHL an die deutsche und da gab es vielleicht auch Probleme. Ich kann es nicht sagen. Aber eigentlich dürfte es nicht so sein, weil das Paket ja schon seit letzter Woche Mittwoch in Berlin war. Also da haben sie intern irgendwie Probleme. Lokal, ja. Naja, es ist da. Ich finde es sehr schön, auch wenn der Schwarzanteil sehr groß ist, wo man so ein bisschen mit Licht und Schatten spielt. Aber ein schönes Display. Wieder eins mehr in der Sammlung. Ja, ansonsten Arbeit im Büro war gestern gut. War schön, mal wieder ein paar Kollegen zu sehen. Die neuen Räumlichkeiten auch zu nutzen. Da am Schreibtisch zu stehen. In dem riesen Meetingraum zu sitzen. Die Technik ist noch nicht hundertprozentig eingestellt. Also nach draußen, wenn man sich zuschaltet, gibt es wohl immer noch Abbrüche in der Qualität des Tons. Oder in der Verständlichkeit überhaupt. Da fehlen dann halbe Worte. Und das ist natürlich nicht so gut. Da müssen sie nochmal nachlegen. Und ansonsten, ja, waren wir gestern Mittagessen. Haben ein bisschen gequatscht. Das war ganz angenehm. Ja. Heute werde ich auch ins Büro. Aber nur für 1-2 Stunden. Ich habe jetzt um 9. Ein Termin, der geht bis 9.45 Uhr. Und dann werde ich mich nach drüben bewegen, ins Büro. Um 10.05 Uhr habe ich dann ein Gespräch mit meinem Chef. Und um 11 Uhr bis 12 Uhr ist dann auch nochmal ein Termin, den ich mir im Zweifelsfall erstmal nur anhöre und nicht ansehe. Mal gucken. Und spätestens um 12 Uhr gehe ich dann zurück. Vielleicht auch schon früher. Mal schauen. Ja. Ja, ansonsten gestreamt haben wir gestern. Wir haben gestern The Last of Us weitergespielt. Sind durch die U-Bahn-Station durch. An den Soldaten vorher vorbei. Und sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir weiter in die kaputte Stadt Boston vordringen. Wir sind durch ein Hochhaus gegangen, was so halb weggekickt war. Da waren ein paar Klicker-Trin und ein paar Runner waren auch drin. Aber dadurch, dass ich Super Easy spiele, ist das glaube ich recht entspannt noch. Wobei, ich bin mir relativ sicher, dass dieses Stealthen gleiche Auswirkungen in Easy als auch in Hard hat. Also in den verschiedenen Schwierigkeitsstufen kannst du jemanden bewusstlos würgen oder mit dem Messer die Klicker wegstechen. Das einzige, glaube ich, was einen Riesenunterschied macht, ist, wie schnell man entdeckt wird. Wie schnell man gesehen wird. Und bei Super Easy, wie ich es spiele, wird man glaube ich erst erst sehr, 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 sehr spät entdeckt. Und bei Hard wirst du wahrscheinlich schon, wenn nur ein Haar oder ein Teil deines Ohres hinter der Wand vorguckt, wirst du schon direkt rausgezogen und dann zack. Ja, das ist es von mir. Mehr habe ich heute nicht. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Wenn ihr möchtet, kommt nachher gerne wieder vorbei zwischen 16 und 19 Uhr. Heute geht es wieder auf die Insel Iki. Wir spielen ein bisschen Ghost of Tsushima. Das, was wir am Sonntag angefangen haben. Den DLC. Also dann, gehabt euch wohl. Bleibt gesund. Lasst euch nicht ärgern. und vielleicht bis später oder dann bis morgen oder demnächst irgendwann in einer Aufzeichnung auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Rolls. Tschüss.